Im heutigen Video geht es um Bewegungsvitamine. Und falls dir dieser Begriff nicht sagt und du so gar nichts damit anfangen kannst, dann will ich es mal so einleiten. Jeder Mensch weiß, dass wir auf essentielle Vitamine und Mineralien angewiesen sind, die wir mit der Nahrung zuführen, um gesund zu bleiben. Und wir können auch ganz genau sagen, wer wie viele in welcher Lebensphase benötigt. Diese Informationen sind ganz leicht zugänglich. Du musst einfach nur Google fragen. Was wir allerdings nicht sagen können, ist, wie viele Bewegungen und welche Bewegungen der Mensch braucht, um gesund zu sein. Und ich möchte mich jetzt hier natürlich nicht mit pauschalen Bewegungsempfehlungen der WHO, die zwar gut gemeint sind, aber wenig Helfung zufrieden geben. Sodass zum Beispiel 150 Minuten pro Woche optimal werden in einer moderaten bis intensiven Intensität. Insbesondere Menschen, die unter Bewegungsmangel leiden, können doch damit ziemlich wenig anfangen. Deshalb möchte ich dir in diesem Video sagen, wie du dich bewegen sollst, mit welcher Intensität und welcher Art, um einen gesunden Bewegungsapparat zu erlangen oder zu erhalten. Und das möglichst ein Leben lang, um schmerzfrei zu sein und belastbar zu bleiben. Und weil das hier kein langweiliger theoretischer Vortrag sein soll, sondern natürlich eine praktische Demonstration von Bewegungen, nehme ich dich jetzt mit auf die Trainingsfläche und zeige dir diese konkreten Bewegungsvitamine mal. Übrigens geht der Begriff Bewegungsvitamine nicht auf mich zurück, sondern auf Katie Bowman, Autorin des Buchs Bewegung liegt in deiner DNA. Jedoch hat auch sie nicht die Arbeit unternommen, diese Bewegungsvitamine ganz konkret zu definieren und zu benennen und zu sagen, wie viel man davon jeweils braucht. Das versuche ich jetzt hier mit dir gemeinsam in diesem Video. Und ich erhebe natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich zeige dir gleich, was ich damit meine. Baue ich hier zuvor erstmal alles Nötige auf. Und nur, dass wir uns hier nicht missverstehen mit dem Aufbau, meinte ich nicht gerade irgendwelche Gerätschaften wie Handeln oder elastische Widerstandsbinder, denn das wirst du gleich alles nicht benötigen. Auch ist dieses Video hier nur der erste kostenlose Teil des ganzen Beitrags, der allerdings auch schon ganz konkrete Handlungsempfehlungen für dich enthält, mit denen du dein Bewegungsapparat gesund, schmerzfrei und belastbar hältst. Und damit du einen genaueren Überblick über die Inhalte bekommst, habe ich für dich eine Übersicht der Bewegungsvitamine vorbereitet, von denen ich der Überzeugung bin, dass sie für ein gesundes, menschliches Leben genauso entscheidend sind wie reine Luft zum Atmen, ein unterstützendes soziales Umfeld, in dem man sich geborgen fühlt und natürlich gesunde Ernährung. Werden wir nun etwas konkreter und schauen wir uns die ersten Bewegungsvitamine etwas genauer an. Ich gebe zu, die ersten Punkte auf dieser Liste wirken nicht wirklich nach Bewegung, zumindest nicht auf den ersten Blick. Atmen ruhig und atmen schnell. Was genau soll das bitte heißen? Auflösung kommt. Vitamin A1 und A2, ruhiges und schnelles Atmen, hat etwas mit der Bewegung des Brustkorbs während der Atmung zu tun. Darauf bin ich schon mal in einem früheren Video eingegangen. Und ganz konkret meine ich damit diese Bewegung hier zwischen den Rippenwirbelgelenken. Die Wirbelsäule geht eine gelenkartige Verbindung mit jeder einzelnen Rippe ein. Und die Rippen sind Gott sei Dank beweglich, denn der Brustkorb kann sich bei der Atmung ja ausdehnen. Hier haben wir in der Regel eine Verknorpelung mit dem Brustbein und den Rippen. Zu sehen hier an der unterschiedlichen Farbe. Und die Rippen fächern sich beim Atmen auf. Das heißt, durch die Kontraktion des Zwerchfells, der Atemmuskulatur, findet bei einer gesunden Einatmung auch immer eine gewisse Hebung des Brustkorbs auch in Ruhe statt. Das ist ganz wichtig. Und diese Bewegung, diesen Bewegungsmangel besser gesagt, haben vor allem Leute, die zu bewusst aus Entspannungsgründen, weil sie zum Beispiel gehört haben, dass es korrekt ist, rein die Bauchatmung praktizieren. Dadurch leiern nicht zu selten die Bauchmuskeln, die Bauchdecke frontal aus, was dann auch hier Stabilitätsdefizite verursacht. Aber auch der Brustkorb verliert Beweglichkeit. Er wird zu rigide, zu fest. Und das kann, genau das Gegenteil wollen die Leute vermeiden, zu Stress führen und Beklemmungsgefühlen hier in der Brust, wenn dann plötzlich was blockiert ist, weil die Beweglichkeit dieser wichtigen Gelenke fehlt. Die Atmung ist das Essentiellste, was uns am Leben hält. Wir kommen lange ohne Trinken aus. Wir kommen noch länger ohne Essen aus. Aber wir kommen nur ganz, ganz wenige Minuten ohne Sauerstoff aus. Und das unterstreicht die besondere Wichtigkeit der Atmungsmechanik für unsere Gesundheit. Und ruhiges Atmen erfordert etwas weniger Anhebung des Brustkorbs. Und beim schnellen Atmen wird genau das hier stärker bewegt. Bestimmte Muskeln, der Quadratus Lomborum, diesem Muskel wird zum Beispiel auch eine Hilfsfunktion bei der Atmungsmechanik zugesprochen. Wie auch die gesamten Bauchmuskeln beim Ausatmen, beim kräftigen Ausatmen, wenn wir zum Beispiel unter Belastung sind und schnell laufen. Das Ganze muss dann hier viel stärker arbeiten und sich dementsprechend auch mehr bewegen. Und da kommen wir dann wieder zu Sport. Du könntest natürlich ganz einfach einem Ausdauertraining nachgehen. Hier solltest du allerdings auch bewusst höhere Intensitäten mit einbauen, damit du wirklich auch diese komplette Füllung des Brustkorbs erreichst. Die Füllung des Brustkorbs mit Luft stellt nichts anderes als eine Dehnung für die ganzen beteiligten Strukturen hier im Bereich der Rippen und des Brustkorbs dar. Also wirklich eine essentielle Bewegung, die du sonst nicht kriegst, wenn du einfach nur normalen Dehnungen nachgehst. Das ist nicht ein und dasselbe. Deshalb solltest du wirklich da auch nochmal gezielt neben der ruhigen Atmung, die nicht nur rein bauchlastig sein sollte, was ich jetzt insbesondere erwähne, weil da häufig Fehlverständnisse herrschen, sondern halt auch intensiver mit der entsprechenden dazugehörigen größeren Brustkorbmechanik. Sprechen wir nun über die Dosis von Vitamin A1, ruhiges Atmen, und Vitamin A2, schnelles Atmen, angestrengtes Atmen, könnte man auch hier sagen. Beim ruhigen Atmen sollten wir eine Atemfrequenz idealerweise von ca. 12 Atemzügen pro Minute haben. Mal atmen wir auch etwas langsamer, mal atmen wir auch etwas schneller. Über 20 gilt als zu schnell und in der Nacht verschiebt sich das Ganze generell so mehr in Richtung 20, weil wir da alle immer schneller atmen. Von der Reihenfolge der Bewegung füllt sich immer zuerst der Bauch mit Luft und danach leicht der Brustkorb. Das heißt, man sieht zuerst den Bauch anheben und dann den Brustkorb. Das ist eine gesunde, normale Atmung. Und wenn das Ganze andersrum stattfindet, haben wir eine sogenannte paradoxe Atmung, bei der sich zuerst der Brustkorb und dann der Bauch hebt. Und wie gesagt, wenn sich nur der Bauch hebt oder nur der Brustkorb hebt, dann haben wir auch keine gesunde, richtige Atmung. Bei der intensiveren Atmung, schnellen Atmung, befinden wir uns ganz klar im Betätigungsfeld irgendwo zwischen intensiver Arbeit oder Ausdauertraining. Das kann zum Beispiel Krafttraining sein, das kann wie gesagt laufen oder schwimmen sein. Das kann aber auch flottes Wandern sein oder tanzen. Was auch immer dir Spaß macht, sei hier kreativ. Wichtig ist allerdings, dass du jetzt nicht dich auf dein Sofa hinsetzt und vor dich hinhechelst. Dann läuft das sicherlich auch in die falsche Richtung. Kommen wir zum nächsten Vitamin. Bodenarbeit. Das war nur der Einführungsteil zum Thema Bewegungsvitamine. Im gesamten Videobeitrag erfährst du, wie du die übrigen 14 Bewegungsvitamine richtig dosierst und entsprechend supplementierst bei einem Mangel. Das gesamte Video hat eine Länge von 40 Minuten und ist das bisher am aufwendigsten produzierte Video von mir. Ich habe noch nie so viel Arbeit in ein einzelnes Video gesteckt, weshalb es auch ein Teil eines neuen Produkts ist. Und unten in der Videobeschreibung erfährst du, wie du es dir gesamt anschauen kannst.